Matthias, du hast doch hier schon mal gewohnt. Wie findest du es hier? Ja, das Hotel ist kein Vergleich mehr zu früher. Es ist super schön, es ist total modern, es ist ja für junge Leute total ansprechend. Das ist jetzt ein Erwachsenenhotel und es ist wirklich super, super schön. Und wer mehr von uns sehen möchte, drückt einmal unten bitte auf Abonnieren und dann werdet ihr jede Menge Reisen und Reisetipps und jede Menge verschiedene Hotels sehen. Vielen Dank, Matthias.